Guten Tag, im heutigen Video schauen wir uns mal an, wie das funktioniert im Pazifik mit den Flugzeugträgern, mit dem Starten und Landen. Ich habe es gestern im SPD3 Video ja schon gesagt, für die, die es gesehen haben, dass ich das Video mal kurz machen will und den Leuten erklären, wie das funktioniert mit Starten und Landen, damit es den neuen Leuten nicht so geht wie mir und die am Anfang ständig verkacken. Und ich dachte am Anfang, das ist ein Bug vom Spiel, dass ich das Flugzeug jedes Mal ins Wasser reinjage beim Starten. Aber das lag nicht am Spiel, das lag an meiner eigenen Dummheit und das habe ich dann auch irgendwann gemerkt und deswegen mache ich das Video, dass euch das quasi erspart bleibt und ihr euch nicht so aufregen müsst, wie ich am Anfang im Pazifik. So, wir sind auf dem Flugzeugträger, da steht unsere schöne SPD3, dann schwingen wir uns mal rein in das Teil. So, und am Anfang, ich demonstriere jetzt mal, wie ich es am Anfang gemacht habe mit Starten und Landen. Und zwar, im Endeffekt hätte ich selber drauf kommen können, das war eine ziemlich dämliche Sache am Anfang. Auf jeden Fall, ich habe halt versucht, so zu starten und jetzt werden wir gleich sehen, was da passiert. Und zwar heben wir jetzt ab. Und man sieht schon, das Flugzeug sagt nach unten und es ist weg. Du kannst dann auch nicht mehr hochziehen, das kannst du vergessen, das Ding ist halt am Arsch. Das ist dann tatsächlich ziemlich dumm gelaufen und so ging das mir jedes Mal beim Starten. Ab und zu, so einmal hat es dann vielleicht geklappt, dass ich das Flugzeug gerade noch so retten konnte, aber in den meisten Fällen bin ich einfach nördlos abgeschmiert. Und jetzt erkläre ich euch, jetzt mache ich kurz den Cut, bis ich wieder im Flugzeug sitze und dann erkläre ich euch, warum das nämlich so ist. So, und jetzt sind wir wieder am Deck von unserem Flugzeug. Wir hocken jetzt wieder im Flugzeug, so. Und warum ist mein Flugzeug jetzt abgeschmiert, ist eigentlich ganz logisch. Ihr seht ja hier diesen Kringel quasi, der die Richtung vom Flugzeug angibt, ist jetzt auf der Position vom MG, halt recht weit oben vom Flugzeug. Und das Problem ist einfach, dass das Flugzeug dadurch, wenn man das in dieser Position hält, viel zu früh abhebt und dann einfach nicht genug Auftrieb kriegt. Also klar, man hebt schon ab, aber man hat einfach nicht genug Auftrieb und man kackt danach einfach ab mit dem Flugzeug. Deswegen, wie macht man das jetzt vernünftig mit dem Landen? Da hätte ich auch vorher drauf kommen können. Wir gehen auf den Schub. Die Startklappen brauchen wir nicht unbedingt. Und dann gehe ich immer runter, dass das Flugzeug halt quasi schön auf der Rollbahn weiter läuft. Beziehungsweise auf dem Flugzeugträger und dann geht das wunderbar mit Starten. Dann fahren wir unser Fahrwerk ein, machen die Klappen wieder zu und schon sind wir in der Luft. Ohne Probleme und wir landen nicht wieder am Wasser. Wie gesagt, ist eigentlich ganz logisch, aber auf die Idee muss man halt auch erstmal kommen, dass man halt die Maus ein bisschen nach unten zieht und das Flugzeug halt quasi auf dem Rollfeld hält, dass das Ding einfach nicht zu früh startet. Wenn man das einmal ein bisschen raus hat, ist das kein Problem. Mit dem Landen genauso. Das machen wir jetzt auch direkt zusammen. Dann drehen wir mal eine Runde. Ich drehe die ganze Gurke mal ein bisschen um. Weil ich habe es ja im SPD-Video schon gesagt, da ist der Rearm-Punkt, der ist 1900 Meter weg. Und wenn man einen Punkt bombardiert hat, ist der Rearm-Punkt weiter weg normal als die Flugzeugträger. Es kommt halt auch ein bisschen auf den Spawn an. Aber generell, ich habe es ja schon gesagt im Video, ich würde immer empfehlen auf den Flugzeugträger wieder zu landen. Wenn man das einigermaßen dann hinkriegt, dann ist man schneller als wenn man zum Rearm-Punkt fliegt. Also da ist jetzt der Flugzeugträger. Ich gehe da meistens Geschwindigkeit 60%. Dann kann man auch in Ruhe die Landeklappen schon ausfahren. Dann fährt man das Fahrwerk aus. Und die SPD-3s, wie es halt üblich ist auf Flugzeugträgern, die haben ja diese Fanghaken hinten. Und man sieht es auch auf dem Flugzeugträger, wenn man guckt, dann hat man hier diese Fangnetze. Und man landet und das Flugzeug wird automatisch abgefangen. Normal gehe ich beim Landen vom Schub noch komplett runter, das ist aber egal. Weil man hat es gerade gesehen, man setzt auf, dann wird ein Flugzeug repariert. Selbst wenn man eine Bruchlandung hinlegt und es ist nicht zu schlimm, dann wird ein Flugzeug automatisch wieder aufgestellt. Ist normal gar kein Ding. Die Startklappen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich finde nur, wenn man die Startklappen ausfährt, dann ist das Flugzeug, hält sich immer ein bisschen stabiler. Aber normal, ich mache jetzt die Klappen zu, kann man auch ohne Startklappen. Das Wichtige ist halt, dass man das Flugzeug nach unten hält. Einfach auf der Rollbahn so ein bisschen und dann kann man da wunderbar starten mit dem Ding. Und dann wäre es das nämlich auch schon. Wie gesagt, die Klappen brauchen wir nicht unbedingt. Landeklappen brauchen wir auch nicht unbedingt. Und man kann natürlich auch, das machen wir jetzt auch noch ganz kurz, Wenn man keinen Bock hat, vernünftig zu landen, so wie die meisten Leute im Spiel, wahrscheinlich kann man das Ding auch Vollgas auf den Flugzeugträger draufjagen. Weil es wird ja eh automatisch repariert. Deswegen versuchen wir das Ganze jetzt mal kurz. Ich drehe jetzt das Ding nochmal ein bisschen um. Und man kann, also man muss nicht unbedingt abbremsen. Man kann auch Vollgas einfach in die Fangseile rein. Was ein bisschen unrealistisch ist, weil in echt machst du das nur einmal. Aber hier im Spiel funktioniert es halt, weil dein Flugzeug eh automatisch repariert wird. Da ist es egal. Man sieht es, ich fliege jetzt gerade Fullspeed. Ich komme jetzt zwar von ein bisschen beschissenem Winkel rein. Da muss ich nochmal ein bisschen eindrehen. Normal würde ich das Video jetzt eigentlich auch gar nicht so lang machen. Aber, ja, wenn, dann macht man es halt vernünftig. So, da sehen wir es jetzt. Wir nehmen den rechten Carrier. Das ist auch immer das Schöne. Man hat ja zwei. Falls doch mal mehrere Piloten unterwegs sind, dann hat man nicht das Problem. So, pass auf. Das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt das Fahrwerk ausfahre, bei voller Geschwindigkeit mit 300 kmh, kann es halt sein, dass mir das Fahrwerk abreißt. Aber ich kann jetzt theoretisch voll in die Fangseile hier rein. Da, und man sieht es. Danach würde ich halt vom Schub runter, dass das Ding wieder ein bisschen abbremst, weil sonst hat man das Problem, dass man überschießt. Und jetzt falle ich nämlich ins Wasser. Ja, das war jetzt mein Fail. Also man muss dann schon vom Schub komplett runtergehen. Aber man hat gesehen, es funktioniert eigentlich mit Landen auch bei voller Geschwindigkeit. Auch geil, mein Motor ist tot mit 209 Grad. Ja, jetzt machen wir hier kurz Ariel, die Meerjungfrau. Den König Triton unten besuchen. Ja, auf jeden Fall, das war es jetzt eigentlich schon. Wie gesagt, die Klappen, Start- und Landeklappen, brauchen wir nicht unbedingt. Ich benutze sie halt ganz gern, einfach weil es ein bisschen smoother ist mit Starten und Landen. Und generell war das jetzt eigentlich nur, um euch mal zu zeigen, wie das halt funktioniert. Ohne, dass man das Ding gnadenlos versenkt. Und wie ich es gerade eben schon gesagt habe, es ist am Anfang, braucht es vielleicht ein bisschen Übung, gerade mit dem Landen, mit dem Starten, dass, wenn man das einmal raus hat, oder wenn man weiß, dass man das Flugzeug auf der Rollbahn halten muss und nicht zu früh hochzieht, dann funktioniert das wunderbar mit Starten. Mit dem Landen muss man immer ein bisschen gucken, da muss man ein bisschen aufpassen. Auch, dass man an diesen Tower vom Flugzeugträger nicht aneckt, das ist mir nämlich auch öfter mal passiert. Wenn man da ein bisschen einen Trall reinkriegt oder so, das ist dann ein bisschen beschissen. Aber ansonsten hat man da gar keine Probleme. Und bevor man zum Rearm-Punkt fliegt, würde ich das tatsächlich üben mit dem Starten und Landen, weil ich denke, früher oder später im Spiel wird das schon noch ein Ding werden. Und ich würde es mir tatsächlich auch wünschen, für die anderen Kampagnen, dass es Flugfelder gibt, wo man sein Flugzeug reparieren kann, indem er halt startet und landet. Zum Aufmunitionieren jedes Mal wegfliegen, wäre auch eine Idee, um die Bomber vielleicht ein bisschen zu nerven. Aber ja, müssen wir gucken, wie sich das Ganze im Spiel hin entwickelt. Man kann ja auch aktuell landen und sein Flugzeug reparieren, das geht, indem man diese Repair-Kits vom Panzer mitnimmt. Aber mal ganz ehrlich, wer landet sein Flugzeug, weil in 20 Landungen oder so ist dein Flugzeug halt in 19 davon Schrott. Vielleicht kleiner Tipp noch, wenn dein Flugzeug Schrott ist und du landest es irgendwo und der Pilot überlebt, dann kriegt man 100 Punkte für die Bruchlandung. Wenn man sein Flugzeug vernünftig landet, ohne es kaputt zu machen, dann kriegt man keine Punkte. Finde den Fehler. Ja, auf jeden Fall, das war es jetzt eigentlich schon mit dem Video. Das war jetzt nur die Kurzinfo, kurz um zu zeigen, wie das funktioniert mit Starten und Landen. Dann sieht man sich im nächsten Video. Wie gesagt, ein richtiges Flugzeug-Tutorial kommt noch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dann wäre es das von mir. Haut und high.